Herzlich Willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die From Spirits & Ghosts Box von Tarja. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. From Spirits & Ghosts von Tarja. Das Ganze aus dem Jahr 2018. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Klassik. Jawohl, es ist das siebte Album von Tarja und gleichzeitig auch ihr zweites Weihnachtsalbum. Wir haben hier eine Box recht flach im Hochformat. Wir haben hier, bevor wir die Folie abmachen, noch einen Sticker oben links. Und zwar lesen wir hier, was sich in der Box befindet. A Limited Box Set from Spirits & Ghosts Score for a Dark Christmas. The Winter Album includes CD Digipack, Graphic Novel, Novel for a Dark Christmas, 44 Pages, Christmas Ornaments, 3x und Postcard Set 5 Stück. Also, wir haben hier das Album drinnen in einem Digipack. Dann haben wir einen Comic oder ein Bilderbuch mehr oder weniger. Dann haben wir noch die Anhänger für den Baum, also Weihnachtsschmuck, 3 Stück und 5 Postkarten. Das alles befindet sich hier drin. Wir werden mal die Folie abmachen und uns das anschauen. Man kennt die Frau ja eventuell von Nightwish oder auch von ihren Solo-Releases. Und normalerweise ist das ja eher Rock-lastiger, das Ganze, ihre Musik. Aber ab und zu gibt es dann auch mal sanftere Töne, sanftere Musik. Und das ist hier eben der Fall. Also, das Weihnachtsalbum From Spirits & Ghosts lesen wir unten. Hier dann nochmal der Schriftzug Tarja. Genau, sie ist dann hier auch abgebildet mit ziemlich heftigen Nägeln. Also, es sieht fast so aus, als würde sie sich hier gerade verwandeln. Die Arme färben sich auch hier so etwas ein. Auf der Seite auch beschriftet. Oben grau, seitlich beschriftet. Und auf der Unterseite haben wir hier einerseits mal die Tracklist. Und wir haben hier aufgeklebt, ja, es ist wirklich festgeklebt, nochmal den Boxinhalt visualisiert. Also hier auch nochmal die Info, was uns hier erwartet, plus eben auch nochmal veranschaulicht. Dann haben wir unten die Beteiligten. Das Ganze ist erschienen über Ear Music. So, dann schauen wir mal rein. Gar nicht so einfach so, aber jetzt von innen weiß. Und das ist dann der Inhalt. Also, als erstes haben wir hier einmal das Album an sich. From Spirits & Ghosts, das kommt im Tiki-Pack. Dann haben wir den Baumschmuck. Der kommt hier in Holz. Also, der wurde aus Holz gemacht. Postkarten. Eins, zwei, drei, vier, fünf Stück. Und dann haben wir noch den Graphic Novel. Also hier dieses Comic-Heft. So, dann packen wir die Box wieder zusammen und legen die mal zur Seite. Und dann schauen wir uns mal als allererstes wie immer das Album an. So, das ist das Album. Ein etwas anderes Cover als auf der Box. Aber auch hier wieder Taya mit diesen heftigen Händen. So, hier oben lesen wir Score for the Dark Christmas. Taya from Spirits & Ghosts. Auf der Seite ebenso. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Zwölf Stück an der Zahl. Beteiligte Barcode und einen Kerzenständer gibt es hier noch. Dann schauen wir mal rein. So, links nochmal ein Foto von Taya. In diesem Fall komplett in weiß. Das ist die CD. Aber wir schauen erstmal ins Booklet. Das ist hier in dieser Stecktasche. Und ich sehe schon, ja. Es ist scheinbar ein Poster-Booklet, das sich hier so auffalten lässt. Moment. So, das ist die eine Seite. Also ein Split-Poster mit diversen einzelnen Fotos, die in so einer Collage zusammengestellt wurden. Hier haben wir dann den Track Together. Mit den gesamten Lyrics und darunter noch die Credits. Ah ja, und hier geht es dann noch weiter. Hier haben wir die Credits zum Album. Dann noch hier Internetauftritte und Social Media. Was war das jetzt noch für ein Text? Together. Ah, okay. Also hier hat man wirklich dann einzelne Songs mit den Lyrics erfasst. Gut. Nicht alle Songs sind hier erfasst. So, dann gibt es hier noch weitere Fotos. Sehr ungewöhnliches Booklet, dass man das Poster auch noch beschriftet hat. Also ich kenne es normalerweise, dass dann eine Seite irgendwie mit Credits und Lyrics ist und die andere Seite dann wirklich so ohne Text auskommt und zum Aufhängen als Poster gedacht ist. Aber hier in diesem Fall anders. So, das ist dann die CD. Die sieht so aus mit Kerzen wieder. Und dahinter kommt dann nochmal diese Hand zum Vorschein. Gut, soviel zum Album. Als nächstes haben wir dann die Postkarten. Fünf Stück an der Zahl. Einmal hier im weißen Kleid. Dann nochmal. Allerdings hier im Querformat. Aber hier einmal in schwarz, einmal in weiß. Dann wieder im Hochformat. Ziemlich düster. Hochformat in weiß. Und dann nochmal im Querformat in schwarz. Rückseite ist dann auch tatsächlich so im Postkarten-Layout gestaltet. Also die kann man dann wirklich hier ausfüllen und auch abschicken. Fünf Stück. Wie gesagt, zwei im Quer- und drei im Hochformat. Und alle fünf hier in einer Hochglanz-Optik. Gut, soviel zu den Postkarten. Packen wir auch die mal zur Seite. Als nächstes kommen wir dann zu dem Baumschmuck. Also, das hat man sich hier nicht nehmen lassen bei dem Weihnachtsalbum. Deswegen, dass man hier dann auch etwas für den Baum liefert. Oder muss man ja auch nicht zwangsweit an den Baum hängen. Kann man ja auch woanders aufhängen, natürlich. So, und zwar haben wir hier drei... Machen wir das mal weg, die Schnur. Drei verschiedene Größen. Aber es ist dreimal vom Design her das Gleiche. Also wir haben hier so einen Kreis. Der hier so die Weihnachtskugel. veranschaulichen soll. Dann hier so drei Sternchen. Und in der Mitte dann der Thaja-Schriftzug. Das Ganze wurde hier eben entsprechend aus Holz gefertigt. Und hier oben ist eigentlich ein Löchlein. Aber das wurde hier nicht ganz ausgestanzt. Bei den beiden ist das Löchlein vorhanden. Also hier hat man es wirklich gemacht. Hier ist der Rest noch drinnen. Schauen wir mal ganz kurz, ob ich den vielleicht mit dem Messer hier rausbrechen kann. Ja. Jetzt ist es gelungen, das kleine Stückchen da rauszubrechen. Genau. Also, dann hat man hier das Löchlein und kann dann wirklich, wenn man möchte, diese aufhängen. Wie gesagt, dreimal in unterschiedlichen Größen. Groß, mittel und klein. Und zusätzlich hat man auch hier noch so ein kleines Schnürchen. Und dann kann man entweder alle an dieser einen Schnur festmachen oder man schneidet die Schnur in drei einzelne. Oder wie auch immer man möchte, hat man dann hier seinen Holzbehang. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch hier das Heft. Der sogenannte Graphic Novel. So, Novel for a Dark Christmas. Da ja, from Spirits and Ghosts. Das ist die Rückseite. Hier gibt es ein Barcode. Also würde mich echt interessieren. Scheinbar kann man das auch separat erwerben. Dieses Heftchen. Spannend. So, dann schauen wir mal rein. Hier geht es los. Inspired by Together. Okay, also inspiriert von einem Song. Und hier geht es los auf dem Weihnachtsmarkt. Ja, und wie man es erwartet hat, ist es auch hier recht düster. Von der Stimmung und von den Farben her. Und es ist tatsächlich kein Text. Es ist wirklich ein reiner Graphic Novel. Also einfach ein, wie gesagt, ein reiner Bildercomic. Ohne jetzt Sprechblasen oder ähnliches. 44 Seiten sind es, glaube ich. Oder wenn ich mich jetzt nicht täusche. Sie ist leider nicht durchnummeriert. So, dann haben wir hier noch scheinbar die Lyrics zum Track Together. Ja, das war es soweit. Gut, und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Box befindet. Einmal der eben gezeigte Graphic Novel, dieses Heftchen hier. Dann die drei Holz-Schmuck-Anhänger. Je nachdem, ob ihr sie in euren Baum oder wo auch immer hinmacht. Dann die Postkarten. Zwei im Quer- und drei im Hochformat. Allesamt zur Postkartengröße, also A6. Und natürlich das Album an sich, From Spirits and Ghosts, im Digi-Pack, mit zwölf Tracks und dem Poster-Booklet. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Tarja, From Spirits and Ghosts. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album, beziehungsweise der Box. Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Tarja unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt euch auf. Ciao.